Ein einmaliges Wohlfühlerlebnis können Kunden in einem der acht Friseursalons bzw. Beautystudios des Kaufeurteam Hohenauer zwischen Innsbruck und Mayerhofen genießen. Die Mitarbeiter in den Salons sind auf sämtliche haarspezifische Angelegenheiten bzw. Haarstyling spezialisiert. Im Studio erfahren Kunden individuelle Pflegeprogramme für Haut und Haar und auch Ernährungs- und Entschlackungsprogramme werden dort durch fachkundige Mitarbeiter zusammengestellt. Jeder Behandlung gibt eine sorgfältige Hautanalyse voraus. Geometrische Gesichtsvermessungen finden ebenfalls ihre Anwendung. Die entspannte Atmosphäre sorgt für einen Wellnessaufenthalt der Sonderklasse, denn jeder Salon bzw. jedes Studio ist ein Gesamtkunstwerk. Das Hohenauer Team ist nicht nur auf die eingehende Beratung bestens geschult, sondern dank ständiger Weiterbildung auch fachlich immer auf dem neuesten Stand. Kein Wunder kann das Unternehmen zusätzlich mit Ausbildungszentren in Österreich große Erfolge feiern. Weitere Infos gibt es unter www.hohenauer.com